Irgendwas unvorhergesehenes wird auf jeden Fall passieren. Der EQS, das ist natürlich die Speerspitze der Elektromobilität. Wir haben schon lange angekündigt, dass wir elektrische Fahrzeuge bringen werden. Wir stehen in den Startlöchern und natürlich ist der Druck momentan groß und er wird natürlich noch größer. Das wird jetzt halt das erste Fahrzeug draußen sein, das Elektro von Anfang bis Ende gedacht ist. Da müssen wir uns einfach auch zeigen, dass wir das können als Konzern, damit auch unsere Kunden weiterhin an uns glauben. Das ist jetzt meine erste Fahrt, wenn ich dabei bin. Von daher ist so eine gewisse Grundnerviosität auf jeden Fall da. Was wird passieren? Was wird dann auch mein Beitrag am Schluss sein? Nein, das wird schon ganz spannend. Ich bin so Grundnerviosität, muss ich mal sagen. Zwei, vier, sechs, sieben, acht. Ich denke, wir sind alle da. Wir grüßen euch recht herzlich in Nardau. Was lange geplant wird, endlich war. Wir wollen die Intensiverprobung starten Richtung Sindelfingen, die Überfahrt. Das Ganze sind ungefähr 2000 Kilometer mit fünf Fahrzeugen. Das heißt, die Erprobungstiefe werden dann 10.000 Kilometer auf den Autos. Also, dann treffen wir uns morgen in alter Frische. 7.30 Uhr für die Langschläfer um 8 Uhr abfahrt. Ich bin Günter Hauser. Ich bin ja Fahrtenleiter. Ich plane die ganze Fahrt und bin Ansprechpartner für alle Begebenheiten. Ich bin Madeline. Ich selbst bin Energietechniker, Janine. Ich arbeite gerade an einem unserer neuen Feature, das heißt Plug and Charge. Plug and Charge, so wie der Name sagt, bedeutet, steck den Stecker ein und es wird der Ladevorgang starten. Und genau das wollen wir mit unserem EQS als erstes Fahrzeug launchen. Premium Fahrzeug mit Premium Ladeentwicklung. Was hoffe ich für die Woche? Ich hoffe, dass wir gute Performance haben. Das heißt, dass wir auf jeden Fall die Fahrzeuge gut bewerten können, dass sie stabil laufen. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Wir haben keinen Plan B, sagen wir immer. Aber wenn wir einen brauchen, dann werden wir einen haben. Erprobungsfragen sind unglaublich wichtig. Wir denken uns erst mal Produkte auf einem Blatt Papier aus. Aber du weißt nicht, klappt es? Funktioniert das mit dem Laden? Funktioniert einfach auch das Fahrzeug an sich stimmig? Oder gibt es irgendwas, was wir einfach noch besser machen müssen? Damit wir wirklich am Schluss dieses S-Klasse-Gefühl auch haben. Was habt ihr bis zur nächsten Säule? Bei mir sind es 244 Kilometer. 235, also umfassen wir das hier normal an. Noch sieht es gut aus. Also das Thema Fahren ist, denke ich mal, gleich wie bei einem Verbrenner. Aber das Thema Laden ist eine ganz neue Herausforderung. Ich versuche mich gerade mit der App zu verbinden, um auch sehen zu können, wie denn eigentlich die Ladestation jetzt tatsächlich lädt. Jetzt probieren wir es, dass wir starten können. Noch haben wir Hoffnung. Nein, ein Fehler. Hat sich da abgebrochen. Da tut sich nichts. So, jetzt gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder hat das Fahrzeug ein Problem oder die Ladesäule hat ein Problem. 12.33 Uhr, AC-Laden, Ladeabbruch. Das haben wir die Ladesäule dokumentiert. Und dann können die Kollegen mal nachschauen, warum, wieso das da nicht AC geladen hat. Die größte Herausforderung hier in Italien ist für uns, wir sind hier sehr dünn besiedelt mit Ladern. Und das Zweite ist eben, dass, wenn wir einen Lader haben, maximal 50 kW haben und dann eben noch die Öffnung haben, dass es auch wirklich funktioniert. Dann geht man abends mit ins Bett und wacht morgens wieder mit auf. Das ist das zentrale Thema hier bei dieser Fahrt. Jeder Tag fängt morgens an, indem wir hier auf 7.30 Uhr an die Fahrzeuge gehen. Die Fahrzeuge abplanen, in Betrieb nehmen und dann werden wir starten und auf die Strecke gehen. Wir hatten ja gestern Probleme mit dem Fahrzeug. Deswegen sind wir jetzt heute direkt auch nochmal an eine Ladestation gefahren, bevor wir eine große Strecke machen haben. Und hinterherum wartet dann auch der erste richtige Schnelllader, 350 kW von Ionity. Da wollen wir eigentlich hinkommen, damit wir dann wirklich auch ab da entspannt fahren können, ehrlicherweise. Der ganze Grund, warum ich mitgefahren bin. Jetzt in einem Moment. Jetzt kannst du gleich in Tränen ausbrechen, wenn es nicht tut. Ja, werde ich auch. Das ist kein gutes Zeug. Ist bei euch eine Anfrage reingekommen für Plug & Charge? Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich. Dann schauen wir bei uns nochmal nach. Wir sollten doch nochmal in die Codierung gucken. Okay, auch jetzt gut. Meine Vision ist auf jeden Fall, dass es das einfachste Ladeerlebnis werden soll. Einstecken, weglaufen und nicht mehr drum kümmern. Einfach irgendwann aufs Handy schauen. Da kriegst du dann deine Notification, Laden erfolgreich gestartet. Das hätten wir zwar gerade nicht. Da wollen wir ja hinkommen. Das soll es auf jeden Fall werden. Das ist so der Moment, wo man dann denkt, sind wir schon weit. Das ist die Zukunft. Wir sind jetzt nicht ganz einwandfrei, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber that's life. Ich meine, deswegen machen wir die Fahrt hier, um genau die Sachen jetzt eben zu finden. Und jetzt geht es an die Fehlanalyse. Das ist ja eigentlich das Spannende, auch wenn es im ersten Moment natürlich ein Dämpfer ist. Weil man eigentlich denkt, so geil, heute wird es, aber vielleicht wird es morgen. Ja, die Prominent ruft mich an. Ich habe mal geschwind eine Frage. Ich habe den 297 104 und der lädt nicht. Der hat vorhin AC nicht geladen und der lädt jetzt auch 50 DC nicht. Ich drehe meinen Knochen raus, aber da habe ich gerade wenig Hoffnung, dass er das verbringt. So einen richtigen Plan haben wir noch nicht, aber eine Hoffnung. Das sieht nicht gut aus. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen kritischer, weil uns die Zeit davon läuft. Ins Hotel kommen wir so auf jeden Fall nicht. Wenn alle Stationen ausfallen, auch alle, die wir uns als Puffer überlegt haben, dann bleiben wir irgendwann liegen. Und dann müssen wir den Abschleppdienst rufen. Also verriegeln tut er, aber er lädt nicht. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Hallo David, servus. Du, ich habe gerade die Fehler gelöscht, aber es hat nichts gebracht. Okay, und damit bin ich klar, aber das geht hier nicht hin. Nein, geht gerade gar nichts. Hier unterstützt auch jeder jeden. Und ich glaube, das braucht es auch, weil wir gehen hier wirklich rein. Wir testen hier intensiv, wir sind lange unterwegs. Und wenn du da nicht den Zusammenhalt von den Leuten hast, dann ziehst du das nicht durch. Ich habe so die Befürchtung, dass man da wahrscheinlich die DC-Box irgendwie resetten muss. Ja, lösch mal die Fehler in der DC-B. Ja. Dann gibt er ein Softreset. So, der hat hier so einen Kommunikationsfehler. Das löschen wir jetzt einfach mal. Und probieren das Ganze nochmal. Das alles reibungslos läuft. Da kann man sehr viel planen, da kann man sehr viel machen. Aber wir wissen jetzt wahrscheinlich erst hinterher, ob es reibungslos gelaufen ist. Meine persönliche Motivation bei dem ganzen Projekt ist einfach, die Herausforderung zu sehen und auch die Herausforderung zu meistern. Marius, die gute Nachricht des Abends ist, das Ding läuft jetzt. Ich habe jetzt nochmal alles Mögliche resettet, auch die CBC und so weiter. Und habe jetzt nochmal einen Knochen gedreht und jetzt läuft das Teil. Ciao. Jetzt geht es mir ein bisschen besser. Kühlung läuft, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also ich mache Fahrten leider seit über zehn Jahren. Ja, wenn man so einen Tag erlebt, das Beste und das Richtige ist einfach ruhig bleiben und suchen. Das Team mit einbinden, nicht allein unterwegs zu sein. Solche Fahrten sind sicherlich immer aufwendig. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass es zu aufwendig ist. Bin ich aber nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir genau das brauchen. Wir brauchen genau das, dass wir mit den Autos Kilometer schrubben, dass wir damit unterwegs sind, dass wir sie einfach in der realen Welt erleben und auch in die ganzen Fehler reinlaufen, die unsere Kunden am Fuß auch reinlaufen wird. Um es dann verbessern zu können und das System aber auch zu verstehen und zu wissen, wo müssen wir denn ansetzen, damit es am Schluss beim Kunden dann auch wirklich funktionieren wird. Ja, eine Woche Erprobung ist hinter uns und man muss ganz klar sagen, die Hoffnung und die Erwartungen haben sich erfüllt. Es ist kein Fahrzeug liegen geblieben. Wir sind abends im Hotel gewesen und haben es aber geschafft, dass wir zum Schluss, am letzten Tag der Erprobung zum Beispiel das Thema Plug-and-Charge, dann an der Ladesäule erleben konnten. Dass wir jetzt die Woche mit den Fahrzeugen unterwegs waren, war mega wertvoll. Ich kann jetzt da nochmal extrem viel mit rausnehmen und daher war das eine klasse Woche. Gut, dass wir es endlich getestet haben. Elektromobilität kann nur funktionieren, wenn der Kunde sich null Gedanken machen muss. Das müssen wir alles irgendwie zur Seite schaffen, damit der Kunde da wirklich mit dem geilsten Gefühl am Schluss eigentlich rausläuft. Ja, die Transformation in der Automobilindustrie ist natürlich ein Weg, den wir beschreiten müssen. Momentan befinden wir uns da mittendrin und wir haben noch einiges zu tun und wir haben noch einiges abzuarbeiten und da arbeiten wir jeden Tag dran.